herzlich willkommen zu diesem video ich habe post bekommen post aus der steine kiste der gute link von link steine kiste hat hier tatsächlich es geschafft bis weihnachten 100 abonnenten zu sammeln und hat deshalb ein gewinnspiel veranstaltet bei dem ich gewonnen habe das hat mich extrem gefreut einerseits die 100 abonnenten für den guten link haben mich ehrsinnig gefreut weil ich ein abonnent von ihm seit seinem zweiten video in diesem kanal bin war einer der ersten zwölf abonnenten deshalb hat es mich umso mehr gefreut gewonnen zu haben insbesondere weil ich vorher noch nie was gewonnen habe er hat mir meinen gewinn zugeschickt und hat sowas wie einen halben wunsch damit schon verknüpft es ist der polizeihubschrauber polybag aus der lego city serie und er hat in seinem video schon sich gefragt ob es da vielleicht ein kleines bild in the back geben wird und ich kann sagen link wenn du schon so fragst ja wird es geben ich muss mir noch fix die anleitung online raussuchen damit das funktioniert und dann bauen wir den guten hubschrauber mal auf so so Musik 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 Es ist nicht komplett aufgebaut in der Tüte, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass der Rotor hier innerhalb der Tüte einfach nicht drauf passt. Ich habe es probiert, passt nicht drauf, aber ansonsten ist das Ding zusammengebaut, mit der Heckflosse oben drauf und dem Rotor. Musik Passt der Hubschrauber einfach nicht in die Tüte rein. Ansonsten aber Hübscher kleiner Helikopter, wobei ich bin ja kein ausgemachter Hubschrauber Fan und eine schöne Polizisten Minifigur. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Polizistin oder geschminkter Polizist. Sucht es euch aus. Vorne Print, hinten Print. Und Was ich ganz schön finde, die Hose ist nicht bedruckt. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ich finde einfarbige Hosen Kann ich einfach besser mit anderen Sachen kombinieren, als wenn da jetzt hier noch ein Print von der Pubschrauber Piloten Uniform auf der Hose hier oben wäre. Dann könnte ich das sicherlich nicht für irgendwelche Ritter Figuren oder sowas verwenden. Deshalb Einfarbige Hose Schön bedruckter Torso Schön bedruckter Kopf der Minifigur Ein schöner Helikopter Vielen vielen Dank, lieber Link Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Guckt bei Link Steine Kiste rein Bis zum nächsten Video Guckt bei Link Steine Kiste